Vocal Chain für diese Woche. Heute gibt's weibliche Pop-Vocals mit Spezial-Effekt. Bleib dran! Hallo, ich bin Martin und wenn du neu hier bist, auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro X. Ich bin etwas entnervt, weil seit gestern Mittag zerschießen mir die Waves-Plug-Ins meine ganzen Logic-Projekte. Ich nehme mal stark an, das hängt mit dem neuen Update zusammen und ich habe versucht, das zu reparieren und jetzt funktioniert irgendwie gar nichts mehr. Ich habe keine Waves-Plug-Ins und deswegen gibt's heute auch eine Vocal Chain ohne Waves-Plug-Ins und es funktioniert ganz wunderbar. Das einzige, was mir auf jeden Fall fehlen wird, ist Waves-Deep-Breath, das Plug-In, das meine Atmer automatisch rausschneidet. Deswegen werde ich versuchen, in diesem Tutorial jetzt möglichst leise zu atmen. Hören wir mal rein, was wir bisher haben. Okay, du siehst also auch, hier geht wieder einiges ab und ich zeige dir jetzt die Vocal Chain mal im Genauen und genau, was ich gemacht habe. Ich schalte alles ab, dann hören wir mal, woher wir gekommen sind. Also sie hat schon eine sehr gute, präsente Sopranstimme. Das ist super, so ein bisschen so Ellie Goulding-technisch oder eigentlich wie sie ganzen modernen Popsängerinnen haben, sehr, sehr hoch, sehr, sehr durchsetzungsfähig. Das klingt schon recht gut und deswegen habe ich auch insgesamt jetzt am Soundshaping nicht so sehr viel gemacht. Das sind auch wieder viele kleine Schritte und danach aber ordentlich Delay-Automation und Hall-Automation. Das, was so die Spezial-Effekte so ein bisschen ausmacht. Fangen wir mal an mit dem Tube-EQ. Hier habe ich versucht, die Höhen noch etwas zu unterstützen, nicht zu sehr, weil sie schon sehr, sehr luftig sinkt. Und bei 500 ein bisschen was rauszuziehen. Ja, fangen wir mal damit an. Ich habe den Pull-Tech-EQ hier schon so oft gelobt. In den letzten drei, vier Tutorials war der, glaube ich, immer dabei. Deswegen lasse ich das jetzt einfach. Das ist ein geniales, super geniales Teil, den ich echt empfehlen kann. Gerade auf Vocals benutze ich den jetzt im Moment fast immer, weil der einfach so gut klingt, die Stimme schön subtil luftig macht und ihr diese typische warme Klangcharakteristik verleiht. Dann habe ich den Supercharger genommen von Native Instruments, denn die Plug-Ins von Native Instruments haben das Update schön mitgemacht und funktionieren trotzdem, anders als Waves-Plug-Ins. Das ist der Supercharger, den habe ich mir irgendwann mal gekauft. Da bin ich drüber gestolpert, das ist so ein Röhrenkompressor und der verleiht der Stimme auch eine schöne Wärme und lässt sich relativ einfach einstellen. Das habe ich einfach mal probiert und habe das hier ein bisschen reingefahren und das klingt gut und macht die Stimme einfach ein bisschen voller. Er macht die Performance schön gerade, schön kompakt, war jetzt ein bisschen laut, ich habe es ein bisschen leise gemacht hier und passt jetzt zu dieser Stimme ganz gut. Das war ein Plug-In, auch so ein Plug-In, das ich mir gekauft und wieder vergessen habe. Dann habe ich etwas Sättigung noch hinzugefügt über diesen Overdrive, über das Overdrive-Plug-In von Logic selber. Du kannst jetzt sagen, okay, ich höre überhaupt nichts, also wenn du jetzt nur am Handy zuhörst, hörst du eh nichts, aber ich finde dadurch wird die Stimme nochmal durch diese leichte Sättigung, wird die Stimme nochmal ein bisschen, ja einfach ein bisschen fetter, ein bisschen wärmer. Dann habe ich den Exciter eingesetzt. Ich konnte ja Waves Vintage Oral Exciter jetzt nicht einsetzen, um die Stimme luftiger und fluffiger zu machen. Dieser Exciter hier, Logix Interna, macht aber das gleiche, er fügt der Stimme Obertöne hinzu. Hier gibt es zwei verschiedene Kolorationen. Koloration 2 ist glaube ich nicht so stark und ich habe ab 6600 Hertz reingefahren, um noch ein bisschen mehr Luftigkeit rauszukitzeln, wobei man hier jetzt schon vorsichtig sein muss. Also das ist jetzt schon sehr, sehr heftig von der Höhenanhebung und mehr darf man auf gar keinen Fall mehr machen, ist vielleicht schon leicht übertrieben. Sie kommt jetzt schon sehr an der Grenze zum Spitzen durch, aber diese Pop-Vocal-Stimmen, wenn du dir die anhörst, Ariana Grande und Selena Gomez und wie die alle heißen, dass die in den Höhen sehr betont sind, sehr höhenbetont und sehr, sehr, sehr luftig sind. Also das ist schwierig, die Grenze zu finden, ab wann es wirklich nervig wird auf das Ohr. Dann habe ich den Space Designer eingesetzt, das ist Logix Interna Hall und zwar direkt im Kanalzug, um ihr Räumlichkeit zu geben. Was ich gemacht habe, ist, ich habe die Hallfahne rumgedreht, also als Alternative zu einem Delay, weil ich das ganz spannend fand. Das heißt, das kann man in diesem Plug-In hier machen, man kann die Hallfahne rumdrehen, hier über diesen Reverse-Button und ja, dann wird sie rumgedreht abgespielt. Ich lasse erst mal vorwärts laufen, die Hallfahne und dann lassen wir sie rückwärts ablaufen, damit du den Effekt hörst. Okay, jetzt rückwärts. Das ist ganz cool, weil es ist dann, es kommt so ein bisschen wie so ein Delay, aber nicht ganz so auffällig. Es ist so ein bisschen so eine verschobene Delay-Fahne, die smooth kommt, weil sie so leicht reinführt, dadurch, dass die Hallfahne rückwärts abgespielt wird, die so diesen Gesang, gerade diesen Popgesang, jetzt so ein bisschen so eine künstliche Räumlichkeit gibt und das finde ich ganz cool. Ich habe dann den Hofah-DSer genommen, nichts Besonderes, das ist mein Go-To-Plug-In, ich fahre den einfach hier rein, dann macht der mir die S-Laute leiser. Wahrscheinlich hast du gehört, dass die wesentlich lauter geworden sind jetzt hier, dass sie schon laut waren und dass sie nochmal durch die Kompression, den Overdrive-Exciter nochmal wesentlich lauter geworden sind, deswegen brauchst du auf jeden Fall einen DSer hier. So, jetzt wird es spannend, wir kommen zu Bus Nummer 10. Das ist ein Delay, das ich automatisiert habe. Ich schalte dir das hier mal zu und du siehst hier die Delay-Automation, das ist ein Bypass und dieses Delay schalte ich nur auf bestimmte Wörter ein. Gehen wir hier rein. Das, ähm, die, diese Wiederholungen von dem, von dem Delay, die hören relativ abrupt aus, aufhört man es besser. Ja, also, die, das hörst du hier nochmal. Also, da ist, das, die, die Delay-Fahne hört sofort auf, wenn das einsetzt hier das nächste Wort. Das klingt ein bisschen abgehackt, wenn man es Solo anhört. Ähm, im Mix hörst du es nicht. Wenn du das nicht möchtest, dass die Delay-Fahne hier abgehackt wird, sondern dass die Delay-Fahne weiterläuft vom alten Wort, obwohl sie schon das neue Wort singt, sag ich mal, dann solltest du dir einfach dieses Wort ausschneiden und da dein Delay draufsetzen, dann kann es durchlaufen. In dem Fall fand ich es jetzt aber so okay. Ja, das war also Delay 1 auf bestimmte Wörter. Schauen wir mal weiter. Bus 11 ist hier. Das ist das Reverb. Das ist das zweite Reverb. Genau, ein langes Reverb. I can't erase the pain. Do you think that this is some kind of game? Oh, I'm here to stay. But you've always been here to play. Das ist ein sehr langer Plattenhall, eine sehr lange Hallfahne und die habe ich in diesem Fall nicht geduckt, wie ich das sonst immer mache, weil ich, ach, der Kompressor ist schon wieder draußen, ich habe versucht es zu ducken und das klang irgendwie komisch. Das hat nicht gut geklungen und ich finde jetzt hier dadurch, dass das so eine dunkle Vocalplate ist, dass die die Vocals nicht sonderlich stört und dass ich sie deswegen nicht wegdrücken muss. Also man muss große und lange Reverbs nicht immer ducken. Wenn das jetzt so gut klingt, ist es in Ordnung. I can't erase the pain. Do you think that this is some kind of game? Also das Reverb ist schön hinten drin und stört nicht groß, deswegen muss ich es nicht wegducken und es dadurch irgendwie komisch klingen lassen. Dann kommen wir zu Bus 12. Das ist der Chorus, genau um die Stimme breiter zu machen. Muss ich das nochmal kurz abschalten, damit man es hören kann. Das ist auch, ich habe ja keine Waves-Plugins heute, das ist einfach, das habe ich letztes Mal schon benutzt, ist der Ensemble-Plugin von Waves. Ich hätte auch einen Chorus nehmen können, Chorus hat nicht gut funktioniert, also habe ich das Doubler-Preset einfach genommen, ein bisschen nachgestellt, um die Vocals breiter zu machen. Das ist jetzt praktisch ein Ersatz für Isotope-Vocal-Doubler, der auch nicht funktioniert, noch nicht mit Logic 10.5. Ich finde ihn übrigens gar nicht schlecht, als den Vocals-Doubler von Isotope, vielleicht schmeiße ich den auch gleich noch raus, mit den ganzen Waves-Plugins. Okay, also das ist, um die Stimme breiter zu machen und dann haben wir jetzt noch zum Schluss ein Tap-Delay, mit dem ich diesen Effekt hier gemacht habe, hier hinten. Um das zu machen, brauchst du ein Tap-Delay oder ein Multi-Effekt-Delay und da kannst du praktisch jede einzelne Wiederholung, die dieses Delay hat, kannst du nochmal separat nachbearbeiten. Es hat auch keine festgelegten Delay-Zeiten, ich kann die hier selber einzeichnen und ich habe auch ein komplettes Tutorial über den Delay-Designer von Logic gemacht, der das hier ist. Das blende ich dir ganz am Schluss nochmal ein, dann kannst du es dann nachschauen. Also ich habe hier einfach Viertel-Delays eingezeichnet, die kann ich hier einzeichnen, klack, 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 die zeichne ich hier einfach ein, wie viele Delays ich möchte. Dann habe ich ein Cut-Off gemacht, das heißt, die Delays werden dunkler, für jedes einzelne Delay kann ich festlegen. Den Cut-Off-Filter, die werden hier ein bisschen dunkler dann. Dann habe ich die hier transponiert. Du siehst also hier das erste Delay, das kommt, zwei Halbtöne, dann drei Halbtöne und ich habe hier eine Melodie gebaut praktisch mit diesen Delays, mit diesen einzelnen Wiederholungen, die kommen. Die haben alle eine andere Tonhöhe und deswegen klingt das, klingt das ganz spannend oder verstimmt dann. Und das ist hier dann noch das Panning, erst nach links, dann in die Mitte und zum Ende hin wieder nach rechts. Und vom Level her habe ich sie hier noch ein bisschen leiser gemacht. Und dadurch kannst du dann so komplexe Delay-Fahnen, also da kann man auch noch viel krasseres Zeug damit machen, kannst du so komplexe Delay-Fahnen einzeichnen. Hören wir nochmal rein. Okay, das war das mit diesem Tap-Delay und hier habe ich dann noch, das gehört auch noch dazu, das ist jetzt nicht direkt in der Vocal-Effekt-Kette drin, aber es ist hier am Ende mit drin und zwar habe ich der Band, weil sie nämlich teilweise sehr tief singt und dann ein bisschen dünn ist und zwar habe ich der Band ab 250 Hertz zwischen 250 und 500 Hertz 3 dB rausgezogen, der kompletten Band, weil sie da den Gesang so ein bisschen maskiert haben und da ist der Gesang so ein bisschen untergegangen, deswegen habe ich den da rausgezogen, damit sie ein bisschen besser durchkommt. Du siehst also auch hier wieder Arbeit mit dem EQ ist sehr wichtig. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen Equalizer in fünf einfachen Schritten für deine Vocals perfekt einstellen kannst, dann empfehle ich dir meinen PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar verlinkt, da zeige ich dir das genau, wie du in fünf einfachen Schritten deine Lead-Vocals oder auch andere Vocals mit dem Equalizer einstellen kannst, eine logische Reihenfolge, damit du nicht durcheinander kommst und damit du nachher auch wirklich die perfekten EQ-Einstellungen für deine Vocals hast. Also unten erster Kommentar, kannst du dir das runterladen. Wirst du dich auch mal in so einem Multi-Effekt-Delay ausprobieren? Wenn ja, schreib es mir unten in die Kommentare oder vielleicht hast du ja auch ein paar Tipps für komplexe Delay-Fahnen, die du schon gebaut hast. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben oder über ein neues Abo und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Ich repariere jetzt weiter meine Waves-Plugins. Wenn du dafür einen Tipp hast, schreib es mir auch in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!